Willkommen zurück hier bei New Pokemon Snap auf der Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir gegen Ende gleich zwei neue Regionen zur Auswahl bekommen. Nämlich hier Wolke mit der sinkenden Sandwüste und Kopia mit dem Rosastrand. Plus wir haben hier den verborgenen Pfad entdeckt. Dazu später mehr. Hier können wir jetzt die Nacht erkunden. Ich würde sagen wir gucken uns erstmal den Rosastrand in Kopia an. Ich bin gespannt was uns hier erwartet. Auf jeden Fall jeder Menge im Wasser nach der sehr trockenen Wüste ist das eine schöne Abwechslung. Und antiken Ruinen, also gibt es mehr aber dann gibt es nur wirklich die eine, die wir schon entdeckt haben und gleich in Kokoway. Die Musik ist auch irgendwie cool. Oh Bluebella, die tanzen doch bestimmt. Nee, die rennen weg. Die rennen allgemein alle vor der Musik weg. Das hätte ich jetzt weniger erwartet. Pikachu! Guck mal Apfel, Apfel! Trottel. Ah Bluebella, so wie lock ich die denn raus? Ich bin eigentlich ganz entspannt, dass Kokoway den Wegblock hier, dann kann ich hier mal einen Moment chillen. Kriege ich das Ding vielleicht auch angelockt? Ja. Na komm Kokoway, bewege dich da mal weg. Ich will auch mal weiter. Es ist cool, dass man dann hier ein bisschen Ruhe mal reinkriegen kann. Ich würde definitiv verschwimmen sehen. Oh, und hier gibt es alternative Routen, die man gehen kann. Wie das spannend. Und da kann man bestimmt dann auch mit dem, äh, dem kleineren Ding durch. Nicht schön, dass im Sand etwas vergraben zu sein. Ich finde, wie soll ich denn da rankommen? Pikachu! Da ist doch auch noch mal was versteckt, oder? Naja. Ich bin gespannt, was denn da das Beste ist. Ach, da ist der Sand damit gemeint. Keine Ahnung. Es ist immer gewöhnlich, dass ich irgendwie nicht zu sehen scheine. Das ist aber ein gutes Foto, würde ich behaupten. Das Ding ist aber mega verfressen, oder? Sehr spannend. Ja, gefühlt habe ich wenig ausgenutzt von der Umgebung. Das ist schade eigentlich. Oder hättest du noch was anderes gesehen? Irgendwann muss ich mir auch mal so einen kleinen Sitz für die Schulter, aber es ist dann, dass er bei mir sitzen kann, wie bei so einem kleinen Pfarrer. Geil. Ja, das ist aber auch das geilste Foto von allen. Ja. Wie ist die Größe zu verbessern? Ich vertraue dem Prof mal. Drei Sterne. Jo, läuft. Echt? Von der Obstellerie habe ich auch nur eins gemacht? Naja, vertrauen wir dem Prof einfach mal. Ich glaube kaum, dass ich die 30.000 EP für Stufe 2 gleich knacke. Das müssten ja dann bei 8 fast 4.000 bei jedem einzelnen Bild sein. Also ich nehme eine... Drei sind fünf glaube ich im Schnitt dann. Ja. Ich habe hier nie im Leben. Bevor ich hier mal Goldstein zu schnitten dabei habe. Was? Eine neue Deskoppelung. Eure Zeitung. Klar, die 4.000 sind jetzt natürlich ein bisschen wieder nach oben, aber das wird... Andere Pose ist doch bestimmt gut, oder? Ja, fast 1.000 für Pose, geil. Eine neue Deskoppelung. Eure Zeitung. Dafür gibt's zwei Diamanten? Wow, hätte ich nicht gedacht. Eine neue Erkrankung! Gute Arbeit! Jetzt wird noch nichts freigestellt sein. Ich denke, man muss immer Level 2 erreichen, damit was passiert. Dann machen wir's noch und gucken uns erst mal den anderen Weg an. Ach, das ärgert mich. Vor allem, ich glaube, dann werden Nacht auch direkt freigeschaltet werden. Ist das dich echt toll fotografieren? Warum die sich so erschrecken? Guck mal, Pikachu! Äpfelchen! 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 Ich will hier nur noch kurz ein Blubella-Foto machen und dann... Ja, ich glaube, das Krokowai relativ schnell wegjagen. Stehen die sich im Weg gegenseitig? Ist irgendwie niedlich. Guten Morgen! Die leuchtet nicht, dann brauch ich's auch gar nicht erst fotografieren. Ah, da freuen sie sich auch drüber. Ah, Finion! Oh, wenn ich das einfach mit noch fotografiert hätte... Ist zum Augen 3 oder so, hätte ich hier locker noch mitnehmen können. Dicke Scoofer. Schade, den Finger, den hochgeräckten hätte ich gern gehabt. Oh, wohl, da kommt noch eins. Da krieg ich nochmal ne Chance. Aber zu weit. Bleib doch mal ein bisschen langsamer, Neo One. Oh, wirklich? Oh, wirklich? Ich bin mal gespannt. Da sollten eigentlich ein paar echt gute dabei sein. Jetzt nehme ich einfach noch mit für die EP. Schadet ja nicht, letztlich. Wollte ich doch meinen Pikachu freut sich über den Apfel. Ich weiß, dass es ein männliches ist. Vorhin war es nur ein weibliches. Merkwolle. Merkwolle. Ach, das läuft auch öfflich. Ich hab das gar nicht gedacht. Na gut, da sollten auch locker die 900 EP abdecken, die uns noch gefehlt haben. Und dann können wir Vulkaninsel bei Nacht machen. Und hier nochmal bei Nacht. Und dann müsste der Pate auch gut durch, glaube ich. 11 verschiedene Pokémon. Das wäre so locker und entspannt gewesen. Sorry, aber das ist so geil. Mit dem Rest kann ich, glaube ich, leben. Das ist das Gufa. Ach, das sind zwei Sterne. Das passt. So, schauen wir doch mal, was wir jetzt in den EP kriegen. Tonnenweise, rate ich mal. Wie wir schon mit dem 4400er starten. Ich glaube es doch kaum. Na, bei mir ist das Puzzle irgendwie cool. Ja, keine Frage. Das ist ja die Böberbronze. Also, wie sind all die Bilder nicht? Ich glaube ich, die machst du immer so einfach. Ich sage euch, werden locker jetzt die 30.000 in dem einen Rundgang durchziehen. Naja, sag ich doch. Das ist so ärgerlich. Naja, jetzt dürfen wir wahrscheinlich auch nachts hin. Eigentlich müssen wir uns auch nochmal das Illumina Megania angucken und auch schauen, was sich da jetzt bei Stufe 2 verändert hat. Naja, auch das Meer aufzuweiten. Kann nämlich auch Wasser überqueren, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Erkunden des Skips. Ah cool, also nicht nachts, sondern einfach ein neues Gebiet dort. Trotzdem gucken wir uns erstmal den Vulkan bei Nacht an. Man kann aber übrigens hier immer zwischen Level 1 und 2 wechseln. Es ist nicht so, dass einem Sachen verloren gehen, nur weil man am Level aufsteigt. Das ist ja doch schon ziemlich markant manchmal. Jetzt bin ich gespannt, was uns hier bei Nacht erwartet. Wir müssen unbedingt an die Kristallblume denken. Ich glaub, ne Wüste bei Nacht ist doch bitter kalt. Wir sind ja sowieso gut in unserer Kuppel. Wir sind ja sowieso die Kuppel. Wir sind ja sowieso auf der Nacht. Wir sind ja sowieso auf der Nacht. Wir sind ja sowieso alle flachsagen. Ich denke, das ist besser in der Nacht als während des Tages. Die freuen sich über Apfel oder über Musik? Oh, Sondern! Komm, die Kristallblume, aber die leuchtet nicht. Schade. Was? Was hat das? Sehr strange. Machen wir es wieder einen Score. Oh, da hinten ist ein Kangama. Auch Untchen. Wie heißen die Dinger? Wölberrock in der Nacht. Uff. So... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist schon sehr beängstigend, das Vieh. Das sind ja, er geht wahrscheinlich ganz intensiv mit der Blume, wenn man die aktiviert kriegt. Interessant, dass wir übernacht auch eine komplett innere Route fahren. Die haben wir gerade jetzt den Sanden auch mal entfaltet gesehen, muss ich mir merken. Und hier leuchtet was, hier ist die Kristallblume. Jetzt habe ich sie, glaube ich, gut fotografiert bekommen. Das ist auch schön. Ach, die Methenus sind das. Oh nein, die Onyx hatte ich jetzt fast übersehen. Oh nein. Ich bin ein bisschen drin. Ich bin ein bisschen drin. Scheinbar schon. Ganz optimal ist das zwar nicht gelaufen, aber ich glaube schon ein paar waren echt gut. Grüne Köln? Den habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Naja, schauen wir mal. Echt schade, dass wir immer nur pro Pokémon ein Foto auswählen können. Es sind echt viele verschiedene Pokémon vertreten, muss man schon sagen. Da haben sie sich Mühe gegeben. Es fühlt sich wirklich alles sehr, sehr natürlich an, tatsächlich. Zehn verschiedene Pokémon immerhin. Zwei Sterne haben wir schon, oder ja, dann ein Stern. Ach, wenn es mir leid tut, aber... Ach, die sind doch bestimmt besser, oder? Das ist geil. Wo ich auch das liebe. Na gut. Oh, das ist schön groß. Ja, das ist optimal. Besser als gar keines. Von mir aus. Schauen wir mal. All right. Hm, nice work. 3,7 ist schlecht. Hm, great timing. 3,1. Nice work. 3,1, oder wenn es so weitergeht, dann knacken wir die 30.000. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Und da die Pose nur 520 ist doch albern. Von mir. Woooah. 4,000. Geil. 3,7. 3,6. Also im Moment sollten wir die 30.000 knacken, wenn es so weitergeht. Na ja, die zwei Sechs sind unten super optimal. Guckt doch nicht so. Dafür 4-3, Alter. Und 4-1, ja, das sollte eigentlich passen. Ich kann euch auch nicht sagen warum, aber dieses Fotografieren macht einfach nur Spaß. Ist die Frage jetzt, zählt das auch in die Zehn mit rein, wenn ja? Ja, könnte schon wieder knapp werden. Reicht aber für über 35.000 Mega. Übrigens, da nun die Daten zu dieser Kristallblumen vorliegen, habe ich etwas zu berichten. Darf ich gespannt sein. Ja, es wird einfach nur wieder eine neue Lumina-Kugel sein. Wahrscheinlich grün, weil die Blumen da grün sind. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ja, da wird es bestimmt noch einiges interessantes geben, aber... Ja, nein, nein, jetzt will ich noch dabei in dem rosa Strand die andere Region erkunden. Die Aufträge lasse ich auch echt erstmal links liegen. Ich bin ein Kopier-Riff. Ach, nichts zu nah müssen wir auch darauf achten, kurz zu wissen. Ich liebe jetzt schon das Toreido. Das macht mich, wenn du einen Swim gehen willst. Ja, die Hintergrund reagieren nur auf die Äpfel, oder? Ich bin ein bisschen kurz nach unten, was es sonst hier noch gibt. Eine Kristallbohm, die sieht rot oder rosa aus. Wie ist Null reagiert? Warte. Wie ist hier? Ist sehr schwer zu treffen eben. Äh... Wenn es sonst nichts ist aus dem fetten Whirlpool. Ach stimmt, legendäre Pokémon haben wir noch gar nicht gesehen. Das würde sich natürlich richtig gut für Lugia eignen. Was habe ich hier gehört? Wo? Ach, die Mantax. Ein Vylood. Okay. Das Vylood hat mich echt erschreckt. Das ist so massiv. Fies einfach mal hier rumflex. Das ist so friedlich. Das ist echt schön hier. Die Wingulls. Das ist so eine geile Geräuschkalosse. Ich liebe es. Ich will gerne da lang, weil da sind ja auch noch die. Ah, hier werden wir einen Weg abzwingen. Ich glaube, es geht eher nach links hin. Da will ich auch hin. Ich will jetzt zu den Gastelaster. Alter, die Vyloote kann ich auch noch in der Maus probieren. Ich bin echt fies, die Szene. Ein kleines Chorazon. Einfach ein geiles Motiv. Das Chorazon entkommen. Ich glaube immerhin das. Ich bin echt schon ein bisschen traurig, dass jetzt auf einmal das hier schon vorbei ist. Auch vor allem da ist ein Goofer drin, oder? Schade, dass ich das PewDiePie jetzt eben zum Schluss entdeckt habe. Ich bin mega gespannt. Zehn Pokémon, da dürften wir die 30.000 wieder gut zusammenkriegen. Ja, passt. Ich finde das eigentlich geile. Ja, das ist. Das finde ich auch besser. Kann ich mit leben. Yo, Baby. Hier sieht man eigentlich mehrere, ne? Ja, und dann das mit dem Goofer im Maul. Ja, dann lass mal schauen, was du mir gibst, Prof. Ja, wir machen das. Gute Arbeit. Hm, ja, zweieinhalb. Dafür... mit... Hat mir schon mal so ne hohe Wertung? Ich glaub fast nicht. Oh, die Braumste Steine kann ich nicht mitnehmen. Oh, nochmal 4-1. Geil. Nice work. Warum hat das nur so wenig gebraucht? Ich versteh's nicht. Das ist so geil eigentlich. A new discovery. Perfect timing. 3-4 tun gut aus. Das hat knapp mit den 30. A new discovery. Nice work. Na, 3 glatt eben. Nice work. 3-6 ist gut. Das holt nochmal ein bisschen raus. Nice work. Oh, 4-2. Mega. Aha, die 2-1 tun weh. Mal schauen. Ich glaub es reicht, aber... Wird knapp. 35... Oh. Ja, okay, wir haben die 33... Oh. Damit dürfte sich tatsächlich jetzt nichts neues freigeschaltet haben, oder? Ne. Nun gut, dann würd ich sagen, werden wir uns im nächsten Part hier nochmal Copia angucken, das Riff. Da gab's dann noch den anderen Weg. Und damit kriegen wir die Punkte zusammen und dann sollten wir eigentlich bei allen mindestens Level 2 erreicht haben. Schauen wir mal, ob dann was passiert. Ansonsten können wir auch nochmal hier natürlich im Naturpark uns das, ähm... Luminar, äh, wie heißt es? Mich gar nicht angucken. Aber auch hier haben wir überall Level 2 erreicht. Wir werden's sehen. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.